Im schwindenden Licht des 18. Jahrhunderts schnitzte eine Figur von gewaltigem Ehrgeiz und umstrittener Hinterlassenschaft ihren Namen in die Annalen der Geschichte, Napoleon Bonaparte. Geboren am 15. August 1769 in Korsika, würde dieser militärische Genius und Herrscher Frankreichs einen langen, dunklen Schatten über Europa werfen, geprägt von Eroberung, Tyrannei und Blut vergießen. Napoleons Feldzug in Ägypten, der im Jahr 1798 begann, entfaltete nicht nur die Banner des Krieges, sondern auch eine Spur der Zerstörung und kulturellen Plünderung. Die Schlacht bei den Pyramiden am 21. Juli 1798 zerquetschte nicht nur die Mamluken-Kräfte, sondern hinterließ auch eine tiefe Narbe in der ägyptischen Bevölkerung. Das Massaker von Jaffa im Jahr 1799 war ein schreckliches Ereignis, bei dem die französische Armee unter Napoleons direktem Befehl über 2000 Kriegsgefangene, die sich kaltblütig ergeben hatten, hinrichtete. Dieses Massaker steht als dunkler Fleck auf den Sanden von Jaffa und markiert sie für immer mit der unauslöschlichen Tinte der Grausamkeit. Wendet man sich Spanien zu, so enthüllt der spanische Unabhängigkeitskrieg von 1807 bis 1814 ein weiteres Kapitel der Brutalität. Der berüchtigte Aufstand vom Dostemayo in Madrid, gefolgt von den erschütternden Hinrichtungen am nächsten Tag, verkörpert die gnadenlose Unterdrückung unter Napoleons Herrschaft. Städte wie Saragossa und Valencia waren Zeugen des unerbittlichen Bombardements und des unsagbaren Leidens der Zivilbevölkerung. Das berühmte Gemälde, der 3. Mai 1808 von Francisco Goya, erfasst einen einzigen schauderhaften Moment dieses Horrors und verewigt die krassen Brutalitäten und die Widerstandsfähigkeit derjenigen, die den düsteren Realitäten im spanischen Unabhängigkeitskrieg gegenüberstanden. Doch die Dunkelheit von Napoleons Herrschaft beschränkte sich nicht auf die Schlachtfelder. Sein Code Napoleon, in mancher Hinsicht revolutionär, war in anderen tiefgreifend fehlerhaft. Besonders in Bezug auf die Rechte der Frauen, wo er die patriarchalische Autorität wiederherstellte und Frauen zu bloßen Untertanen unter der Kontrolle ihrer Ehemänner reduzierte. Napoleon selbst erklärte einst, das Schlachtfeld ist eine Szene ständigen Chaos. Der Sieger wird derjenige sein, der dieses Chaos beherrscht, sowohl das eigene als auch das des Feindes. Diese beklemmende Einsicht in seinen strategischen Verstand legt die kalte Kalkulation des Krieges offen, die seine Herrschaft definierte. Können wir die Tiefe der Verzweiflung erahnen, die diejenigen empfanden, die im Schatten einer so kolossalen Figur lagen? Können wir die stillen Bitten der Unzähligen hören, die unter dem Marsch eines Egos, das keine Grenzen kannte, zertreten wurden? Bereiten sie sich darauf vor, eine Reise ins Herz eines Paradoxons zu beginnen, wo Aufklärung und Tyrannei Hand in Hand gingen. Willkommen im Tagebuch von Julius Cäsar. Napoleon Bonaparte, der revolutionäre Außenseiter. Im chaotischen Nachspiel der französischen Revolution, einer Zeit, die ab dem Jahr 1789 durch radikalen sozialen und politischen Umbruch gekennzeichnet war, trat Napoleon Bonaparte, ein junger Artillerieoffizier korsischer Herkunft, als entscheidende Figur hervor. Sein Aufstieg von relativer Unbekanntheit zu den Höhen der kaiserlichen Macht ist eine Erzählung voller List, Gelegenheit und der strategischen Ausnutzung einer Nation im Wandel. Die Auflösung der Revolution und der alten Monarchie hinterließ ein Machtvakuum. In diesem Umfeld zeichnete sich Napoleon, geboren am 15. August 1769 in Araccio, Corsica, erstmals aus. Im Jahr 1793, während der Belagerung von Toulon, einer entscheidenden Schlacht, in der französische revolutionäre Kräfte auf eine bedeutende royalistische Rebellion stießen, die von den Briten unterstützt wurde, spielte der 24-jährige Napoleon eine kritische Rolle. Seine strategische Platzierung von Artillerie führte zur Rückeroberung der Stadt und einer Beförderung zum Brigadegeneral. Das war erst der Anfang seiner ruhmreichen militärischen Karriere. Bis zum Jahr 1795 stand das Direktorium, Frankreichs neue Regierung, unter der Bedrohung durch royalistische Kräfte. Am 13. Vendemire, 5. Oktober, schlug Napoleon, der die Verteidigung befehligte, den Aufstand in Paris schnell nieder. Sein Einsatz von Kanonenfeuer, der zur berüchtigten Phrase »ein Hauch von Traubenkernschrot« führte, zerstreute nicht nur die Menge, sondern besiegelte auch seine politische Zukunft. Dieses Ereignis war entscheidend und brachte ihm sowohl Anerkennung als auch die entscheidende Unterstützung von Paul Barras, einem einflussreichen Politiker. Napoleons Aufstieg war ebenso sehr ein Produkt seiner politischen Klugheit wie seiner militärischen Fähigkeiten. Im Jahr 1796 heiratete er Josephine de Beauharnay, eine Witwe mit bedeutenden sozialen Verbindungen, und erweiterte so sein politisches Netzwerk. In jenem Jahr übernahm er das Kommando über die Armee von Italien. Durch eine Reihe kühner Manöver gegen die Österreicher, die im Vertrag von Campo Formio am 17. Oktober 1797 gipfelten, sicherte er bedeutende territoriale Gewinne für Frankreich und einen Zustrom von Ressourcen. Seine italienischen Feldzüge sind bekannt für ihre schnellen Bewegungen und innovativen Strategien, die die Kriegskunst grundlegend veränderten. Nach seinen Triumpfen in Italien kehrte Napoleon nach Paris zurück, wo er als Held begrüßt wurde. Doch er fand eine Regierung vor, die in Ineffektivität versunken war. Die politische Instabilität spürend, initiierte Napoleon zusammen mit seinem Bruder Lucien Bonaparte und anderen den Staatsstreich des 18. Brümer am 9. November 1799. Dieses Ereignis führte effektiv zur Auflösung des Direktoriums und zur Gründung des Konsulats, mit Napoleon als erstem Konsul, einer Rolle, die ihn zum de facto Führer Frankreichs machte. Napoleon handelte schnell, um seine Macht zu festigen. Der im Jahr 2004 verabschiedete Code, Napoleon reformierte das Rechtssystem und verkörperte die Prinzipien der Aufklärung, während er die Autorität im Staat zentralisierte. Seine Verwaltungsreformen, wie die Gründung der Banque de France im Jahr 2000 und das Konkordat mit dem Papst im Jahr 2001, stabilisierten die Wirtschaft und versöhnten sich mit der katholischen Kirche. Diese Maßnahmen, die seine Kontrolle erhöhten, gewannen auch breite Unterstützung in verschiedenen sozialen Schichten. Bis zum Jahr 1802 war Napoleons Position so gefestigt, dass er zum Konsul auf Lebenszeit ernannt wurde. Und bis zum 2. Dezember 1804 krönte er sich selbst zum Kaiser in der Kathedrale Notre-Dame. Eine Geste, die seine vollständige Kontrolle über Frankreich symbolisierte. Diese Zeremonie, an der Papst Pius VII. teilnahm, war eine meisterhafte Mischung aus revolutionärer Rhetorik und monarchistischem Pomp und illustrierte Napoleons einzigartigen Führungsstil. Echos der Guillotine. Napoleons Herrschaft, geprägt durch die Schreckensherrschaft. Die Schreckensherrschaft, eine berüchtigte Periode während der französischen Revolution vom 5. September 1793 bis zum 28. Juli 1794, prägte maßgeblich den Aufstieg und die Regierung von Napoleon Bonaparte. Diese Ära, gezeichnet von radikalem politischen Aufruhr und der grimmigen Effizienz der Guillotine, sah die Hinrichtung von rund 16.000 bis 40.000 Menschen, einschließlich König Ludwig XVI. Und Königin Marie Antoinette. Es war unter dem Schatten dieser Guillotine, einem berüchtigten Symbol revolutionärer Gerechtigkeit, dass Napoleons Verständnis von Macht und Politik geschärft wurde. Während der Schreckensherrschaft übte das Komitee für öffentliche Sicherheit, angeführt von Figuren wie Maximilian Robespierre, Georges Danton und Jean-Paul Marat, nahezu absolute Macht aus. Ihre Regierung, angetrieben von Paranoia und dem Wunsch, die Revolution vor ihren Feinden zu schützen, führte zu weitreichenden Säuberungen. Die Straßen von Paris und anderen Städten waren Schauplätze ständiger Angst, als die Guillotine Opfer um Opfer forderte. Darunter bemerkenswerte Persönlichkeiten wie die Girondisten und Olympe de Gouges, eine prominente Feministin. Napoleon, der dieses Wirrwarr als junger General beobachtete, lernte entscheidende Lektionen über Führung in Krisenzeiten. Seine Aussage, die Revolution ist vorbei. Ich bin die Revolution, spiegelt seinen Glauben an die Notwendigkeit einer starken, zentralen Figur wieder, um das Überleben und den Erfolg revolutionärer Ideale zu sichern. Diese Überzeugung leitete seine Handlungen, als er die Macht übernahm, und betonte Stabilität und Ordnung, wesentliche Elemente, die er während der Schreckensherrschaft als fehlend empfand. Napoleons Wertschätzung für die öffentliche Stimmung, eine wichtige Lehre aus der Schreckensherrschaft, war in seiner Verwendung von Propaganda offensichtlich. Er erkannte wie Robespierre die Macht von Bild und Rhetorik, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Durch strategischen Einsatz von Kunst, Medien und sorgfältig inszenierten öffentlichen Auftritten schuf Napoleon, ein Bild von sich selbst als heroischen und visionären Führer, einen Beschützer Frankreichs, der die revolutionäre Tradition fortsetzte und gleichzeitig Ordnung wiederherstellte. Die politische Zersplitterung und die Säuberungen der Schreckensherrschaftszeit hoben die Gefahren dezentralisierter Macht hervor. Als Reaktion darauf zentralisierte Napoleon die Autorität erheblich, nachdem er die Macht übernommen hatte. Durch die Einrichtung des Konsulats und später des Kaiserreichs demontierte er die politischen Strukturen, die den chaotischen Fraktionalismus der Revolution angeheizt hatten. Diese Bewegung hin zur Zentralisierung war eine direkte Reaktion auf die politische Instabilität, die er beobachtet hatte. Die militärischen Innovationen der Schreckensherrschaft, insbesondere die Lévée en masse, gingen Napoleon nicht verloren. Diese Massenrekrutierungspolitik, eingeführt von der revolutionären Regierung, hatte eine mächtige und patriotische Armee geschaffen. Napoleon erbte dieses militärische Erbe und nutzte es, um das Rückgrat seiner großen Armee zu formen. Seine Truppen, durchdrungen von revolutionärem Eifer, waren eine gewaltige Kraft in seinen zahlreichen militärischen Feldzügen. Napoleons Umgang mit Dissens und Opposition trug ebenfalls den Stempel der Gnadenlosigkeit der Schreckensherrschaft. Während er nicht zu den weitreichenden Hinrichtungen seiner Vorgänger griff, war sein Regime von einem festen Ansatz gegen Rebellion und Widerstand geprägt. Sein Einsatz von Geheimpolizei, Zensur und schnellem Handeln gegen Bedrohungen spiegelte seinen Entschluss wider, die Kontrolle zu behalten und das Chaos zu verhindern, das die Jahre der Schreckensherrschaft gekennzeichnet hatte. Napoleons ägyptisches Abenteuer. Eine Geschichte von Eroberung, Wissen und Kontroversen. Napoleon Bonapartes ägyptische Kampagne, die am 19. Mai 1798 begann und im Jahr 2001 gipfelte, war ein kühnes militärisches und wissenschaftliches Unterfangen. Von Toulon aus brach er mit einer Flotte von 400 Schiffen und 54.000 Männern auf, darunter 35.000 Soldaten. Napoleon strebte nicht nur danach, den britischen Handel mit Indien zu stören, sondern auch den französischen Einfluss im Osmanischen Reich zu etablieren. Seine Landung in Alexandria am 1. Juli 1798 markierte den Beginn einer Kampagne, die sowohl in wissenschaftlicher Entdeckung als auch in militärischem Ehrgeiz bahnbrechend war. Begleitet wurde Napoleon von einer bemerkenswerten Versammlung von über 160 Gelehrten und Wissenschaftlern, die die Kommission der Wissenschaften und Künste bildeten. Diese vielfältige Gruppe nahm eine umfassende Untersuchung der reichen Geschichte und natürlichen Umgebung Ägyptens vor und legte den Grundstein für die moderne Ägyptologie. Die Entdeckung des Steins von Rosetta im Jahr 1799 durch den französischen Soldaten Pierre-François Bouchard war ein wegweisender Moment, der den Schlüssel zur Entzifferung der alten ägyptischen Hieroglyphen lieferte. Ihre Arbeit, zusammengestellt in der monumentalen Description de l'Égypte, veröffentlicht zwischen 1809 und 1828, war ein monumentaler Beitrag zum menschlichen Wissen. Jedoch sah sich die militärische Kampagne bedeutenden Herausforderungen gegenüber. Die Schlacht bei den Pyramiden, ein bemerkenswerter Sieg Napoleons am 21. Juli 1798, demonstrierte seine militärische Stärke, unterstrich jedoch auch die logistischen Schwierigkeiten des Operierens in Ägypten. Die Zerstörung der französischen Flotte in der Seeschlacht Bay-Abu-Kir durch Admiral Horatio Nelson am 1. August 1798 war ein schwerer Schlag und ließ Napoleons Armee effektiv gestrandet zurück. Diese Niederlage hob die strategische Verwundbarkeit von Überseekampagnen und die Bedeutung der Seemacht hervor, eine Lektion, die Napoleon mitnehmen würde. Die Belagerung von Jaffa, die vom 3. bis zum 7. März 1799 durchgeführt wurde, bleibt wegen des Massakers von Jaffa in unrühmlicher Erinnerung. Nach der Eroberung der Stadt ordnete Napoleon die Hinrichtung von über 2000 osmanischen Gefangenen an, eine Entscheidung, die heftig kritisiert und debattiert wurde. Einige Berichte, insbesondere von Antoine Jean Gros Gemälde Bonaparte beim Besuch der Pestkranken von Jaffa, deuten darauf hin, dass Napoleon auch ein Pesthospital betrat, eine Szene, die ihn als mitfühlenden Anführer darstellen sollte, obwohl dies im starken Kontrast zur Brutalität des Massakers steht. Trotz ihrer militärischen Rückschläge hatte die ägyptische Kampagne einen bedeutenden Einfluss auf die europäische Kultur und entfachte eine Faszination für die Ägyptologie. Die von dieser Ägyptomanie inspirierten architektonischen und künstlerischen Stile waren in verschiedenen europäischen Städten zu sehen. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse der Kampagne, insbesondere in der Description de l'Égypte, hatten einen tiefgreifenden Einfluss auf das Verständnis des alten Ägyptens und trugen erheblich zu Bereichen wie Archäologie und Anthropologie B. Napoleons Führung in Ägypten zeigte seine Stärken und Schwächen. Seine inspirierende Führung und innovative Taktik waren offensichtlich, aber die Kampagne offenbarte auch seine Fehleinschätzungen hinsichtlich logistischer und kultureller Herausforderungen in fremden Ländern. Die Strapazen, die seine Truppen erlitten, von Krankheiten wie der Pest bis hin zum extremen Klima, unterstrichen die harten Realitäten ausgedehnter militärischer Kampagnen in unbekannten Gebieten. Napoleons eiserne Faust. Disziplin und Widerstand im Reich. Napoleon Bonaparte, verehrt für sein militärisches Genie, hielt ein strenges Regime der Disziplin und Kontrolle aufrecht, sowohl in seiner Armee als auch in seinem Umgang mit politischen Gegnern. Seine Herrschaft, obwohl geprägt von bemerkenswerten militärischen und administrativen Leistungen, war auch durch rigorose Disziplin und harte Behandlung von Widerspruch gekennzeichnet, was entscheidend war, um seine Macht zu konsolidieren und aufrecht zu erhalten. Napoleon wird oft mit den Worten zitiert, das Schlachtfeld ist eine Szene ständigen Chaos. Der Sieger wird derjenige sein, der dieses Chaos beherrscht, sowohl das eigene als auch das des Feindes. In den Reihen der großen Armee war die Disziplin streng und oft brutal. Napoleons militärischer Kodex, stark beeinflusst von der Notwendigkeit von Ordnung und Effizienz, verhängte schwere Strafen für Desertion, Insubordination und andere Verstöße gegen das militärische Verhalten. Desertion, ein häufiges Problem angesichts der ausgedehnten und anstrengenden Feldzüge, wurde besonders hart bestraft. Desertörinnen und Desertöre, die gefangen genommen wurden, sahen sich Kriegsgerichten und Hinrichtungen durch Erschießungskommandos gegenüber, ein Schicksal, das Tausenden während seiner Feldzüge widerfuhr. Bei geringeren Vergehen, wie Insubordination oder Diebstahl, waren Auspeitschungen oder Zwangsarbeit gängige Strafen. Diese harte militärische Disziplin war in Napoleons eigenen Worten zusammengefasst. Jeder Soldat trägt einen Marschallstab in seinem Tornister, was die Belohnungen für Loyalität und die Konsequenzen für Widerspruch betonte. Napoleons Umgang mit seinen politischen Rivalen war ebenso hart. Sein Aufstieg zur Macht nach der Französischen Revolution sah Ien einem tiefgespaltenen und turbulenten politischen Umfeld gegenüberstehen. Um seine Macht zu festigen, setzte er eine Reihe von Taktiken ein, um seine Gegner zu neutralisieren. Gefängnis und Verbannung waren gängige Werkzeuge in seinem Arsenal gegen diejenigen, die sich seinem Regime widersetzten oder es bedrohten. Bemerkenswert unter seinen politischen Gegnern war der Herzog von Engien, ein Mitglied der königlichen Familie Bourbon. Der Herzog, beschuldigt, gegen das Regime zu konspirieren, wurde verhaftet, schnell verurteilt und im Jahr 1804 hingerichtet, ein Schritt, der weit verbreitete Verurteilung nach sich zog und als ein scharfes Beispiel für Napoleons Rücksichtslosigkeit angesehen wurde. Ein weiteres Beispiel für seinen Umgang mit politischen Gegnern war seine Behandlung der angeblichen Verschwörung von Georges Cadoudal und Jean-Charles Pischgrü, beides entschiedene Gegner Napoleons. Die im Jahr 1804 aufgedeckte Verschwörung führte zur Verhaftung und Hinrichtung von Cadoudal und zum mysteriösen Tod von Pischgrü im Gefängnis, von einigen als ein von Napoleons Geheimpolizei inszenierter Mord angesehen. Unter Napoleon erstreckte sich die Kontrolle des Staates auch auf den Bereich der Ideen und der öffentlichen Meinung. Die Einrichtung eines umfangreichen Überwachungs- und Zensurnetzwerks, überwacht von seinem Polizeiminister Joseph Fouché, war entscheidend, B. der Unterdrückung von Opposition, Zeitungen wurden zensiert und Publikationen, die das Regime kritisierten, verboten. Dieses Netzwerk deckte nicht nur politische Verschwörungen auf, sondern schuf auch eine Atmosphäre der Angst und des Gehorsams. Napoleons Ansatz gegenüber Widerspruch erstreckte sich über die politische Elite hinaus auf die allgemeine Bevölkerung, insbesondere in den von ihm kontrollierten Gebieten. Seine Behandlung des Aufstands in Spanien ist ein Beispiel dafür, wo die Reaktion der französischen Streitkräfte auf den Aufstand in Madrid im Mai 1808 durch Brutalität gekennzeichnet war. Die Unterdrückung des spanischen Aufstands, eindrucksvoll dargestellt in Francisco Goyas Gemälde, der 3. Mai 1808, war ein Vorbote der grausamen Kriegsführung, die den spanischen Unabhängigkeitskrieg prägte. Der Napoleonische Code. Ein doppeltes Vermächtnis von Reform und Einschränkung. Der Napoleonische Code, offiziell bekannt als der Code Civil des Français, eingeführt am 21. März 1804, steht als eine der bedeutendsten rechtlichen Reformen der modernen Geschichte. Unter der Ägide von Kaiser Napoleon Bonaparte geschaffen, modernisierte und vereinheitlichte dieser umfassende Körper des Zivilrechts das französische Recht und beeinflusste weltweit rechtliche Systeme. Jedoch standen seine fortschrittlichen Schritte, im Gegensatz zur Verstärkung patriarchalischer Strukturen und einer Einschränkung bestimmter individueller Freiheiten, was die komplexe soziopolitische Landschaft des napoleonischen Frankreichs widerspiegelt. Napoleon, ein pragmatischer Herrscher, verstand die Notwendigkeit eines stabilen rechtlichen Rahmens, um die Errungenschaften der französischen Revolution zu konsolidieren und die gesellschaftliche Ordnung zu sichern. Das Chaos der Revolutionszeit mit seinen unzähligen Rechtssystemen und der Abschaffung feudaler Privilegien machte eine neue, kohärente rechtliche Struktur notwendig. Der napoleonische Code war eine monumentale Anstrengung in diese Richtung, indem er Aufklärungsprinzipien wie Gleichheit vor dem Gesetz und die Heiligkeit des Privateigentums verkörperte. Er schaffte Privilegien aufgrund von Geburt ab, etablierte eine auf Verdienst basierende Justiz und vereinfachte das Rechtssystem, indem er Gesetze klar und zugänglich machte. Trotz dieser Fortschritte hatte der Code eine dunklere Seite, insbesondere in seiner Behandlung von Frauen und der Familienstruktur. Er verankerte die männliche Autorität innerhalb der Familie fest, indem er Ehemännern umfassende Kontrolle über ihre Ehefrauen gab. Zum Beispiel, obwohl die Scheidung im Vergleich zur vorrevolutionären Ära zugänglicher gemacht wurde, war sie immer noch stark zugunsten von Männern verzerrt. Frauen benötigten die Zustimmung ihres Ehemanns für rechtliche Transaktionen und waren in ihren Rechten, Eigentum zu besitzen und zu verwalten, eingeschränkt. Diese patriarchalische Neigung war ein Spiegelbild von Napoleons eigenen Ansichten über Geschlechterrollen. Er wird berühmt zitiert mit den Worten Die Natur hat die Frau zu unserer Sklavin gemacht. Ihre eigentliche und natürliche Mission ist es, eine Ehefrau und Mutter zu sein. Zusätzlich war die Auswirkung des Codes auf persönliche Freiheiten zweideutig. Während er individuelle Rechte in einigen Bereichen förderte, beschränkte er in anderen Freiheiten. Zum Beispiel verstärkte er die Autorität von Arbeitgebern über ihre Arbeiter und beschränkte die Rechte der Arbeiter, ein Zugeständnis an die aufkommenden industriellen Interessen in Frankreich. Er beschränkte auch bestimmte bürgerliche Freiheiten, wie die Freiheit der Rede und der Presse, was Napoleons breitere autoritäre Tendenzen widerspiegelt. Der Einfluss des Codes erstreckte sich weit über die Grenzen Frankreichs hinaus. Er diente als Modell für Rechtssysteme in vielen europäischen Ländern, sowie in Louisiana in den Vereinigten Staaten. In Ländern wie Italien, den Niederlanden, Belgien, Spanien und Portugal wurden Versionen des Codes übernommen, wodurch seine Prinzipien und auch seine Fehler über Kontinente verbreitet wurden. Diese weitreichende Annahme unterstrich seine Bedeutung als Eckpfeiler des modernen Zivilrechts, verbreitete aber auch seine patriarchalischen und autoritären Elemente. Die Ausarbeitung des napoleonischen Codes umfasste mehrere Rechtsgelehrte. Der bemerkenswerteste war Jean-Jacques Régie de Combasséret, der eine entscheidende Rolle in seiner Formulierung spielte. Der Prozess der Ausarbeitung und Diskussion des Codes war erschöpfend, mit über 14.000 Briefen des Schriftverkehrs zwischen Napoleon und seinem juristischen Team, was die sorgfältige Sorgfalt B seiner Erstellung widerspiegelt. Das Kontinentalsystem – Napoleons ehrgeizige Wirtschaftsblockade und ihre Auswirkungen auf Europa. In einem kühnen Versuch, die Seeherrschaft Großbritanniens zu untergraben, initiierte Napoleon Bonaparte im November 1806 das Kontinentalsystem. Diese Wirtschaftsblockade, die darauf abzielte, den britischen Handel zu strangulieren, indem sie europäischen Nationen den Handel mit ihm untersagte, markierte eine neue Phase in den napoleonischen Kriegen. Das Berliner Dekret vom 21. November 1806 kündigte formell die Blockade an, die durch das Mailänder Dekret im Dezember 1807 verschärft wurde. Diese Dekrete sollten Großbritannien schwächen, dessen Wirtschaft stark vom Handel abhängig war, insbesondere mit dem europäischen Festland. Die Auswirkungen des Kontinentalsystems waren sofort in ganz Europa zu spüren. Großbritannien verzeichnete einen dramatischen Rückgang der Exporte mit einer 55-prozentigen Reduzierung nach Europa bis 1808. Die Textilindustrien in Manchester und Leeds, die stark von europäischen Märkten abhängig waren, erlebten bedeutende Einbrüche. Doch bald zeigte diese Wirtschaftskriegsführung ihre zweischneidige Natur. Hafenstädte wie Hamburg und Bremen, traditionelle Handelszentren, sahen sich schweren wirtschaftlichen Schwierigkeiten gegenüber. Die Blockade unterbrach den Fluss von Waren wie Getreide, Holz und Hanf, die für die Marine- und Handelsschifffahrtsindustrien wesentlich waren. Die französische Wirtschaft, obwohl sie die Architektin der Blockade war, war nicht immun gegen ihre Auswirkungen. Französische Kaufleute, insbesondere im Textilsektor, hatten mit dem Mangel an Rohstoffen wie Baumwolle zu kämpfen, die hauptsächlich aus britischen Kolonien importiert wurde. Die Preise für Zucker, Kaffee und Tabak schossen in die Höhe und führten zu weitverbreiteter Unzufriedenheit. Schmuggel wurde zu einer weitverbreiteten Reaktion, wobei Küstengebiete Spaniens und Portugals zu Hochburgen des illegalen Handels wurden. Britische Waren sickerten weiterhin nach Europa ein, oft zu überhöhten Preisen, was die Wirksamkeit der Blockade untergrub. Napoleons Verbündete, zur Einhaltung des Kontinentalsystems gezwungen, begannen unter dessen wirtschaftlichen Belastungen zu leiden. Russland, ein wichtiger Verbündeter, war besonders betroffen aufgrund seiner Abhängigkeit vom Handel mit Großbritannien. Die wachsende Frustration des Zaren war ein bedeutender Faktor, der zum Feldzug von 1812 gegen Russland führte. Ein verheerendes Unterfangen für Napoleon. In Spanien und Portugal verschärfte die wirtschaftliche Belastung die antifranzösischen Gefühle und befeuerte den spanischen Unabhängigkeitskrieg, einen kräftezehrenden Konflikt, der die französische Macht in Europa schwächte. Die sozialen Auswirkungen des Kontinentalsystems waren tiefgreifend. Die Knappheit der Waren führte zu Inflation und verursachte besonders in den unteren Schichten Not. Diese wirtschaftliche Notlage, verbunden mit aufkeimendem Nationalismus, trug zu wachsendem Widerstand gegen die französische Herrschaft in ganz Europa BE. In Italien beispielsweise hatte die Blockade schwerwiegende Auswirkungen auf lokale Industrien und die Landwirtschaft, was zu erhöhter Armut und Unruhen führte. Ironischerweise verursachte das System, das darauf abzielte, Großbritannien zu schwächen. Letztendlich größeren Schaden in Kontinentaleuropa. Großbritannien, das sich schnell anpasste, erweiterte seinen Handel mit Amerika und dem Osten und verringerte so die Auswirkungen der Blockade. Im Gegensatz dazu bedeutete die Abhängigkeit Europas vom Seehandel, dass alternative Landwege nicht ausreichten, um den Verlust des Seehandels zu kompensieren. Der Spanische Unabhängigkeitskrieg, eine Sage des Widerstands und französischer Repression. Der Spanische Unabhängigkeitskrieg, ein langwieriger und brutaler Konflikt von 1707 bis 1814, war ein entscheidendes Kapitel in den napoleonischen Kriegen, gekennzeichnet durch intensiven Guerillakrieg und französische Gräueltaten in Spanien und Portugal. Er begann mit dem Vertrag von Fontainebleau im Jahr 1707, in dem sich Napoleon und der spanische Premierminister Manuel Godoy darauf einigten, Portugal, den letzten britischen Verbündeten in Europa, zwischen Frankreich, Spanien und Godoy, selbst aufzuteilen. Dieses geheime Abkommen ebnete den Weg für die französische Invasion Portugals und anschließend Spaniens, was einen weit verbreiteten Aufstand gegen die napoleonische Herrschaft auslöste. Im Jahr 1808 besetzten französische Streitkräfte unter General Junot Portugal mit wenig Widerstand. Die Situation in Spanien verschlechterte sich jedoch schnell für die Franzosen. Die Abdankung von König Karl IV. und seines Sohnes Ferdinand VII. sowie die anschließende Einsetzung von Napoleons Bruder Joseph Bonaparte als König entfachten weit verbreiteten Widerstand. Der spanische Aufstand begann ernsthaft am 2. Mai 1808, einem Tag, der durch gewaltsame Zusammenstöße in Madrid gekennzeichnet war und durch den Maler Francisco Goya in seinem Werk der 2. Mai 1808 verewigt wurde. Die Art des Konflikts unterschied sich deutlich von anderen napoleonischen Kriegen. Die spanischen und portugiesischen Streitkräfte, unterstützt von den Briten unter Sir Arthur Wellesley, später der Herzog von Wellington, führten einen langwierigen Guerillakrieg, ein Begriff, der aus diesem Konflikt stammt. Der Begriff Guerilla, was auf Spanisch kleiner Krieg bedeutet, war passend für die Hit-and-Run-Taktiken, die von spanischen Partisanen angewendet wurden. Diese irregulären Kräfte, die in kleinen Gruppen operierten, störten die französischen Versorgungslinien und Kommunikation erheblich und zwangen die Franzosen zu einem zermürbenden Abnutzungskrieg. Die französische Reaktion auf den Guerillakrieg war hart und oft brutal. Unter Kommandeuren wie Marshal Sold und Marshal Massena verübten französische Truppen zahlreiche Gräueltaten gegen Zivilisten, einschließlich Plünderungen, Gewalttaten gegen Frauen und Hinrichtungen. Die Belagerung von Saragossa in 1808 und 1809 verkörperte diese Brutalität. Die Stadt, unter dem Kommando von General José de Palafox, leistete heftigen Widerstand, litt unter massiven zivilen Opfern und weit verbreiteter Zerstörung. Französische Aktionen in Spanien, einschließlich der Hinrichtung spanischer Patrioten und der Bombardierung ziviler Gebiete, verstärkten die antifranzösische Stimmung und galvanisierten den Widerstand. Der spanische Unabhängigkeitskrieg war auch bedeutend für das militärische Engagement Großbritanniens. Die britische Armee, angeführt von Wellesley, leistete entscheidende Unterstützung für die spanischen und portugiesischen Streitkräfte. Schlüsselschlachten wie die Schlacht von Talavera im Jahr 1809 und die Schlacht von Salamanca im Jahr 1810 markierten große Siege für die Alliierten und verbesserten Wellesleys Ruf als militärischer Taktiker. Der Krieg belastete Napoleons Ressourcen stark. Bis zum Jahr 1810 waren über 300.000 französische Truppen auf der Halbinsel gebunden, eine bedeutende Ablenkung von Napoleons Feldzügen anderswo in Europa. Die Belastung von Personal und Ressourcen, gekoppelt mit steigenden Verlusten, schwächte Napoleons Griff über sein Reich. Im Jahr 1812 kam ein Wendepunkt mit der französischen Niederlage in der Schlacht von Salamanca. Dieser Sieg für Wellington führte zur Befreiung von Madrid und signalisierte eine Verschiebung des Kriegsmoments. Nachfolgende alliierte Siege, die in der Schlacht von Vittoria im Jahr 1813 gipfelten, zwangen Joseph Bonaparte zur Flucht aus Spanien und beendeten effektiv die französische Kontrolle über die Halbinsel. Napoleons russische Katastrophe. Ein Winter der Verzweiflung. Die Invasion Russlands im Jahr 1812 durch Napoleon Bonaparte gilt als einer der katastrophalsten militärischen Feldzüge der Geschichte, geprägt von strategischen Fehlkalkulationen, einem brutalen Winter und immensen Verlusten an Menschenleben. Bekannt als der Russlandfeldzug wurde er von Napoleon initiiert, um sah Alexander I. von Russland zurück in die Blockade gegen Großbritannien, das Kontinentalsystem zu zwingen. Doch der Feldzug entwickelte sich zu einer tragischen Saga militärischer Hybris und menschlichen Leidens. Napoleons große Armee, eine der größten jemals Aufgestellten, überschritt am 24. Juni 1812 den Fluss Nimen in Russland. Diese gewaltige Streitmacht, die über 600.000 Männer zählte, stammte aus verschiedenen Teilen des Napoleonischen Reiches, einschließlich Polen, Deutschland und Italien. Die Anfangsphase des Feldzugs brachte einige Erfolge, wobei die französische Armee Vilna eroberte und tiefer in russisches Gebiet vorstieß. Jedoch vermied die russische Armee unter General Michael Kutusow groß angelegte Gefechte, zog sich weiter in Russland zurück und verfolgte eine Politik der verbrannten Erde, wodurch sie der invadierenden Armee nichts hinterließ. Mit Napoleons Vorstoß vervielfachten sich die logistischen Herausforderungen. Die Versorgungslinien erstreckten sich dünn über das weite russische Land und die Taktik der verbrannten Erde ließ die Franzosen ohne lokale Ressourcen. Das erste große Gefecht bei Smolensk im August 1812, obwohl ein taktischer Sieg für Napoleon, brachte nicht das entscheidende Ergebnis, das er erhofft hatte. Die Russen zogen sich weiter zurück und zogen Napoleon tiefer in feindliches Gebiet. Die Schlacht von Borodino am 7. September 1812 war die größte und blutigste Einzelaktion der napoleonischen Kriege. Obwohl sie in einem knappen französischen Sieg resultierte, brachte sie nicht den entscheidenden Schlag, den Napoleon suchte. Beide Armeen erlitten schwere Verluste, die Franzosen verloren etwa 30.000 Männer und die Russen etwa 45.000. Trotz dieses teuren Sieges setzte Napoleon seinen Vormarsch fort und betrat am 14. September Moskau, nur um die Stadt verlassen und in Flammen aufgehen zu finden. Die Verbrennung Moskaus, ein bedeutender psychologischer und logistischer Schlag für die Franzosen, markierte den Wendepunkt des Feldzugs. Mit dem nahenden Winter und ohne Anzeichen einer russischen Kapitulation war Napoleon gezwungen, eine schicksalhafte Entscheidung zu treffen. Am 19. Oktober befahl er der großen Armee, den Rückzug aus Moskau zu beginnen. Der Rückzug entwickelte sich zu einem Albtraum für die französische Armee. Der harte russische Winter mit Temperaturen, die bis zu minus 30 Grad Celsius fielen, forderte einen verheerenden Tribut von den schlecht vorbereiteten Soldaten. Hunger, Krankheiten und Kälte forderten tausende Menschenleben. Die Überquerung des Flusses Beresina Ende November war besonders katastrophal, wobei viele Soldaten ertranken oder von den Russen getötet wurden, während sie versuchten zu fliehen. Die Bilanz des Russlandfeldzugs war erschütternd. Von den über 600.000 Männern, die nach Russland marschierten, kehrten nur etwa 100.000 zurück. Die große Armee wurde dezimiert und ihre Überlebenden litten unter schweren körperlichen und psychologischen Narben. Auch die russische Landbevölkerung litt immens mit unzähligen zerstörten Dörfern und verlorenen Leben in der Folge des Konflikts. Napoleons Russlandfeldzug wird oft als klassisches Beispiel für militärische Überdehnung und die Bedeutung von Logistik und Klima in der Kriegsführung zitiert. Die Katastrophe schwächte Napoleons Armee erheblich und führte zu einer Verschiebung des Machtgleichgewichts in Europa. Das Scheitern des Feldzugs war ein Wendepunkt in den napoleonischen Kriegen und ebnete den Weg für die nachfolgenden Koalitionssiege, die letztendlich zu Napoleons Sturz führten. Napoleons Verflechtung von Liebe und Macht. Die Beziehungen von Napoleon Bonaparte zu Frauen waren ebenso komplex und strategisch wie seine militärischen Feldzüge. Seine erste Ehe mit Josephine de Beauharnais, einer Witwe mit zwei Kindern, begann mit einer stürmischen Romanze. Sie heirateten am 9. März 1796 Gré, nur wenige Tage bevor Napoleon das französische Heer in Italien kommandierte. Ihre Korrespondenz aus dieser Zeit ist gefüllt mit leidenschaftlichen Ergüssen, wobei Napoleon oft intensive Liebesbriefe schrieb. Jedoch war die Ehe turbulent, geplagt von Josephines Ausgabengewohnheiten und Untreue sowie Napoleons eigenen Affären. Josephines Unfähigkeit, einen Erben zu liefern, war ein entscheidender Faktor, der zu ihrer Scheidung im Jahr 1809 führte. Eine Entscheidung, die Napoleon als Notwendigkeit für Frankreich beschrieb. Napoleons zweite Ehe mit Marie-Louise, Erzherzogin von Österreich, am 1. April 1810, war ein bedeutender politischer Schachzug, um sein Reich zu festigen. Marie-Louise, 18 Jahre alt zur Zeit ihrer Heirat, war ein Mitglied der Habsburger Dynastie, einer der mächtigsten königlichen Familien Europas. Sie gebar ihm einen Sohn, Napoleon François Joseph Charles Bonaparte, am 20. März 1811, der den Titel König von Rom erhielt. Trotz des politischen Charakters ihrer Ehe deuten ihre Briefe auf eine sich entwickelnde gegenseitige Zuneigung hin. Über seine Ehen hinaus waren Napoleons romantische Eskapaden zahlreich. Seine Affäre mit Marie Walewska, einer polnischen Adeligen, resultierte in einem Sohn, Aleksandr Walewski, geboren im Jahr 1810. Diese Beziehung, wie viele andere, war geprägt von Napoleons Macht und Status. Marie war anfangs zögerlich, wurde aber aus politischen Gründen überredet, sich auf Napoleon einzulassen, insbesondere um Polen einen Gefallen zu tun. Napoleons Ansichten über Frauen, wie sie in seinen Aussagen und Politiken zum Ausdruck kommen, offenbaren eine komplexe Haltung. Während er bestimmte Fähigkeiten von Frauen bewunderte, beschränkten seine Politiken oft die Rechte der Frauen. Der napoleonische Code zum Beispiel reduzierte den rechtlichen Status von Frauen auf Minderjährige unter der Vormundschaft ihrer Ehemänner oder Väter. Napoleons persönliche Ansichten waren oft widersprüchlich. Er bemerkte einmal, Frauen sind nichts anderes als Maschinen zur Produktion von Kindern. Diese Beziehungen und Ansichten beleuchten einen Mann, bei dem romantische und politische Ambitionen oft miteinander verflochten waren. Seine Ehen dienten seinen imperialen Bestrebungen, während seine Affären persönliche Befriedigung und manchmal politischen Einfluss boten. Diese Mischung aus persönlichem Verlangen und strategischer Planung war bezeichnend für Napoleons Ansatz, sowohl in seinem privaten als auch in seinem öffentlichen Leben. Die Meisterung der Kunst, der Wahrnehmung. Napoleons Medienimperium. Napoleon Bonaparte, eine Figur, die sowohl auf dem Schlachtfeld als auch in der Arena der öffentlichen Meinung geschickt war, nutzte Medien und Kunst, um sein Bild zu formen und seine Macht zu festigen. Er erkannte früh den Einfluss der aufkommenden Presse und implementierte strenge Kontrollen. Bis 1810 hatte er die Anzahl der Zeitungen in Paris auf nur vier reduziert, alle unter strenger staatlicher Kontrolle. Dieser Schritt spiegelte seinen Glauben an die Macht der Presse wieder, verkapselt in seinem Zitat Vier feindliche Zeitungen sind zu fürchten, mehr als 1000 Bayonette. Im Bereich der Kunst war Napoleon ein Mäzen par excellence. Er beauftragte Künstler wie Jacques-Louis David, bekannt für seinen neoklassizistischen Stil, I.N. als heroische und fast göttliche Figur darzustellen. Davids, Napoleon beim Übergang über die Alpen, 1801, ist ein Paradebeispiel, das Napoleon heroisch sein Heer durch den großen St. Bernhard im Jahr 1800 führend zeigt. Ein weiteres Meisterwerk, die Krönung Napoleons, 1807, verewigte seine Krönung in der Kathedrale Notre-Dame und betonte seine Kontrolle über religiöse und staatliche Angelegenheiten. Napoleons Einfluss erstreckte sich auf die architektonische Transformation von Paris. Der von Jean Chalgrin entworfene Arc de Triomphe, in Auftrag gegeben, nach seinem Sieg in der Schlacht bei Austerlitz im Jahr 1805, sollte die Triumphe der französischen Armee feiern und war kunstvoll mit Reliefs und Inschriften verziert, die Napoleons militärische Erfolge feierten. Die Geheimpolizei, geführt von Joseph Fouché, waren die unsichtbaren Vollstrecker von Napoleons Propagandaregime. Fouché, umfangreiches Spionagenetzwerk, durchdrang verschiedene Schichten der Gesellschaft und stellte sicher, dass Widerstand schnell identifiziert und unterdrückt wurde. Diese Geheimpolizei war ein entscheidendes Werkzeug, um einen Schein einstimmiger Unterstützung für Napoleons Politik aufrechtzuerhalten. Die Zensur wurde unter Napoleons Herrschaft streng durchgesetzt. Die Kaiserliche Zensurkommission überprüfte alle Formen von gedrucktem Material. Literatur, die Napoleons Regime kritisierte, wie die Schriften von François René de Chateaubriand, wurde oft verboten und zwang einige Autoren ins Exil. Diese Maßnahmen sorgten für eine eng kontrollierte Erzählung um Napoleons Herrschaft, wo abweichende Stimmen selten innerhalb Frankreichs zu hören waren. Auch die Bildung wurde in Napoleons Kampagne zur Formung der öffentlichen Meinung einbezogen. Schulen und Universitäten wurden als Brutstätten der Loyalität zum Kaiser angesehen. Lehrbücher verherrlichten seine militärischen und politischen Erfolge und der Lehrplan wurde sorgfältig gestaltet, um ein Gefühl nationalen Stolzes um Napoleons Figur herumzuschaffen. Trotz seiner Bemühungen, die Erzählung zu kontrollieren, gab es Opposition. Figuren wie Chateaubriand, obwohl ins Exil geschickt, schrieben kritisch über Napoleon. Diese abweichenden Stimmen, obwohl in Frankreich unterdrückt, fanden anderswo in Europa ein Publikum und boten eine Gegenerzählung zur allgegenwärtigen Verherrlichung im napoleonischen Frankreich. Das epische Endspiel – Entwirrung der Schlacht von Waterloo Die Schlacht von Waterloo, ein entscheidender Moment am 18. Juni 1815, markierte das Ende von Napoleon Bonapartes ruhmreicher militärischer Karriere und seiner Herrschaft über Frankreich. Diese Schlacht, in der Nähe des belgischen Dorfes Waterloo, zeigte Napoleons französische Armee im Kampf gegen die Streitkräfte der 7. Koalition, angeführt vom Herzog von Wellington und dem preußischen Feldmarschall Gebhard Leberecht von Blücher. Napoleon, zurückgekehrt aus seinem Exil auf Elba, suchte einen schnellen Sieg, um seine Kontrolle über Europa wiederherzustellen. Die französische Armee, rund 73.000 Mann stark, stand Wellingtons ungefähr 68.000 Truppen und Blüchers 45.000 preußischen Soldaten gegenüber. Napoleons Plan hing davon ab, diese verbündeten Streitkräfte zu trennen, doch eine Reihe von missgeschicken und strategischen Fehlern besiegelten sein Schicksal. Die Schlacht begann, wobei der Zustand des Schlachtfeldes eine entscheidende Rolle spielte. Starker Regen in der vorangegangenen Nacht führte zu schlammigem, schwierigem Gelände und verzögerte Napoleons geplanten frühen Angriff. Diese Verzögerung erwies sich als kostspielig, da sie den Preußen, die zuvor in der Schlacht von Ligny besiegt worden waren, Zeit gab, sich neu zu formieren und Wellington beizutreten. Der Herzog von Wellington, ein scharfsinniger militärischer Führer, befestigte seine Truppen entlang eines Höhenzugs und nutzte das Gelände zu seinem Vorteil. Seine multinationale Streitmacht, bestehend aus britischen, niederländischen, belgischen und deutschen Soldaten, zeigte bemerkenswerte Zähigkeit angesichts intensiver französischer Artillerie- und Infanterieangriffe. Wellingtons defensive Strategie wurde später in seinem berühmten Zitat zusammengefasst. Sie kamen auf die gleiche alte Weise und wir besiegten sie auf die gleiche alte Weise. Ein entscheidender Moment war das Fehlurteil von einem von Napoleons vertrauenswürdigsten Kommandeuren, Marshal Michel Ney. Neys vorzeitiger Kavallerieangriff gegen die britischen Infanteriequadrate, obwohl tapfer, war schlecht unterstützt und wurde abgewehrt, was zu erheblichen französischen Verlusten führte. Diese Entscheidung, zusammen mit Napoleons anfänglicher Verzögerung, trug wesentlich zur französischen Niederlage bei. Die Preußen unter Blücher trafen am späten Nachmittag auf dem Schlachtfeld ein und boten entscheidende Verstärkung für Wellingtons Streitkräfte. Blüchers Engagement zur Unterstützung Wellingtons war entscheidend, um die Schlacht gegen Napoleon zu wenden. Einen Faktor, den der französische Kaiser tödlich unterschätzt hatte. In einem verzweifelten Zug setzte Napoleon seine Elite-Garde, historisch seine zuverlässigsten Truppen, in den späten Phasen der Schlacht ein. Die Zurückweisung und der anschließende Rückzug der Garde waren symbolisch für den totalen Zusammenbruch der Moral und Effektivität der französischen Armee. Die Folgen von Waterloo waren verheerend für die Franzosen. Von Napoleons 73.000 Männern wurden fast 25.000 getötet oder verwundet und tausende weitere wurden gefangen genommen. Die Koalitionsstreitkräfte erlitten rund 22.000 Verluste. Diese hohe Kosten zeugten von der Heftigkeit der Schlacht. Napoleons Niederlage bei Waterloo beendete seine Herrschaft in Frankreich. Er dankte vier Tage später, am 22. Juni 1815, ab und wurde auf die abgelegene Insel St. Helena im Südatlantik verbannt, wo er seine letzten Jahre verbrachte. Waterloo beendete effektiv die Reihe von Konflikten, bekannt als die napoleonischen Kriege, die den europäischen Kontinent umgestalteten. Das Rätsel um Napoleons Ende, St. Helena und darüber hinaus. Napoleon Bonapartes letzte Jahre auf der windgepeitschten Insel St. Helena, fern von den europäischen Schlachtfeldern, die seinen Aufstieg und Fall miterlebt hatten, waren von Krankheit und Kontroversen geprägt. Nach seiner Niederlage bei Waterloo im Jahr 1815 ins Exil geschickt, wurde Napoleon im Longwood House auf dieser isolierten Insel eingesperrt, ein krasser Gegensatz zu dem Glanz, den er einst kannte. Sein Tod am 5. Mai 1821 ist seitdem in Geheimnisse gehüllt, mit Theorien, die von natürlicher Krankheit bis hin zu berechnetem Mord reichen. Sein Exil auf St. Helena, das im Oktober 1815 begann, war eine Zeit des scharfen Niedergangs. Er lebte im Longwood House, einer feuchten und unbequemen Behausung, geplagt von harten Bedingungen. Regiert von Sir Hudson Low, der eine strenge Wache über Napoleon hielt, war ihre Beziehung von Spannungen und Misstrauen geprägt. Napoleons Gesundheit begann um 1817 zu verschlechtern, mit Symptomen wie Bauchschmerzen und schwerem Gewichtsverlust, was seine Ärzte dazu veranlasste, Magenkrebs zu vermuten, die Krankheit, die seinen Vater, Carlo Bonaparte, im Jahr 1785 beansprucht hatte. Die Intrige um seinen Tod wurde im 20. Jahrhundert durch die Entdeckung hoher Arsenwerte in Napoleons Haarproben angeheizt. Diese Erkenntnis, die im Jahr 1961 öffentlich gemacht wurde, gab Anlass zu Theorien über Vergiftung. Einige Historiker spekulierten, dass die Briten, die jede Versuche Napoleons an die Macht zurückzukehren, scheuten seinen langsamen Tod orchestriert haben könnten. Andere vermuteten einen Täter näher bei ihm, vielleicht innerhalb seines eigenen Gefolges. Jedoch ist das Vorhandensein von Arsen kein definitiver Beweis für ein Faulspiel. Arsen war im 19. Jahrhundert ein häufiges Element in verschiedenen Produkten. Es wurde oft in grünen Pigmenten für Tapeten verwendet und sogar in einigen medizinischen Verbindungen gefunden, was die Möglichkeit aufwirft, dass Umweltbelastungen oder medizinische Aufnahme zu den hohen Werten in seinem Haar beigetragen haben könnten. Die erste Autopsie, durchgeführt von Napoleons Arzt Francesco Antomarchi, deutete auf Magenkrebs hin. Diese Diagnose schien plausibel angesichts von Napoleons Symptomen und der medizinischen Familiengeschichte. Der Autopsiebericht beschrieb ein großes Geschwür in seinem Magen, was die Wahrscheinlichkeit von Magenkrebs als Todesursache verstärkt. Napoleons Tod war nicht nur ein Ende, sondern auch der Beginn eines neuen Kapitels in seinem Vermächtnis. Im Jahr 1840 wurden seine Überreste nach Frankreich zurückgebracht und in Les Saint-Valides in Paris beigesetzt, wo sie bis heute eine Pilgerstätte und Verehrungsort bleiben. Das Geheimnis um seinen Tod hat nur zum Mythos Napoleons beigetragen, einer Figur, die im Tod ebenso faszinierend ist wie im Leben. In seinen letzten Tagen deuteten Napoleons eigene Worte auf ein Gefühl des Verrats und der Verschwörung hin. Es wird berichtet, dass er gesagt hat, ich sterbe vor meiner Zeit, getötet von der englischen Oligarchie und ihren bezahlten Mördern. Ob aus echter Überzeugung oder dem Delirium der Krankheit entsprungen, haben diese Worte endlose Spekulationen und Debatten über die wahre Natur seines Ablebens angeheizt. Entwirrung des Napoleon-Mythos, jenseits von komplexen und ikonischen Posen. Napoleon Bonaparte, eine Figur, die in Geschichte und Legende eingetaucht ist, war Gegenstand zahlreicher Mythen und Missverständnisse. Zu dem berühmtesten gehören der Napoleon-Komplex und die ikonische Hand-in-der-Jacke-Pose, die beide in die Populärkultur und den historischen Diskurs eingegangen sind. Der Napoleon-Komplex ist ein Begriff, der oft verwendet wird, um einen angeblichen Zustand zu beschreiben, in dem kleine Menschen, insbesondere Männer, eine aggressive, dominierende Haltung annehmen, um ihren Mangel an Größe zu kompensieren. Dieses Konzept wird häufig mit Napoleon in Verbindung gebracht, da geglaubt wird, dass er außergewöhnlich klein war. Historische Aufzeichnungen widerlegen jedoch diesen Mythos. Napoleon war tatsächlich durchschnittlich groß für seine Zeit und maß etwa 5 Fuß 7 Zoll, ungefähr 1,70 Meter. Das Missverständnis entstand wahrscheinlich aufgrund des Unterschieds zwischen französischen und britischen Maßeinheiten zu jener Zeit. In französischen Einheiten maß er 5 Fuß 2 Zoll, was in britischen Maßen 5 Fuß 7 Zoll entsprach. Außerdem wurde Napoleon oft mit seiner kaiserlichen Garde gesehen, die überdurchschnittlich groß war, was ihn im Vergleich kleiner erscheinen ließ. Ein weiteres verbreitetes Bild ist das von Napoleon mit der Hand in seiner Jacke. Diese Pose, die in vielen Porträts und Statuen zu sehen ist, hat verschiedene Theorien hervorgerufen. Einige deuten darauf hin, dass es dazu diente, Schmerzen durch ein Magenleiden zu lindern. Andere schlagen vor, es sei ein Symbol für seine kühne Führung. Diese Pose war jedoch eine gängige künstlerische Konvention der Zeit und deutete auf eine ruhige und gesammelte Haltung hin. Sie war nicht einzigartig für Napoleon. Viele Führer und einflussreiche Persönlichkeiten der Zeit wurden auf ähnliche Weise dargestellt. Diese Pose war Teil des neoklassischen Stils und symbolisierte Selbstkontrolle und Führung, in Einklang mit den Werten und Ästhetik der Epoche. Jenseits dieser berühmten Mythen gibt es andere Missverständnisse über Napoleon. Eines davon ist der Glaube, dass er für das Sprichwort verantwortlich war. Eine Armee marschiert auf ihrem Magen. Während es die strategische Bedeutung widerspiegelt, die er der Logistik und den Versorgungslinien beimaß, gibt es keine konkreten Beweise dafür, dass Napoleon diese Worte tatsächlich aussprach. Der Satz spiegelt jedoch genau seinen revolutionären Ansatz in der militärischen Versorgung wider, der ein Schlüsselfaktor für seine vielen Erfolge auf dem Schlachtfeld war. Ein weiterer, oft diskutierter Aspekt von Napoleons Vermächtnis ist der Vorwurf, er habe in Syrien im Jahr 1799 seine eigenen Truppen vergiftet, um ihren Rückzug zu beschleunigen. Diese Anschuldigung stammt von Berichten, dass Napoleon während der syrischen Kampagne, insbesondere der Belagerung von Akon, die Vergiftung seiner pestkranken Soldaten anordnete. Historische Beweise legen jedoch nahe, dass dies wahrscheinlich eine Verzerrung seiner Entscheidung war, schwer kranken Soldaten Opium zu verabreichen. Eine damals übliche Praxis zur Linderung von Leiden. Napoleons Rolle, B.I., der Popularisierung des metrischen Systems, ist ebenfalls ein Gegenstand von Missverständnissen. Obwohl das metrische System tatsächlich während seiner Herrschaft offiziell in Frankreich eingeführt wurde, begann der Prozess vor seiner Zeit während der Französischen Revolution. Sein Beitrag bestand in der Verbreitung des Systems in ganz Europa, ein Nebenprodukt seiner weitreichenden militärischen Feldzüge. Napoleon – von der Geschichte zur volkstümlichen Vorstellung. Der Einfluss Napoleon Bonapartes erstreckt sich über die Annalen der Geschichte hinaus in den Bereich der Populärkultur, wo er in verschiedenen Formen der Kunst, Literatur, Film und sogar in Videospielen verewigt wurde. Seine komplexe Persönlichkeit und bedeutende historische Auswirkung haben ihn zu einem anhaltenden Gegenstand der Faszination und Neuinterpretation gemacht. In der Literatur ist Napoleons Präsenz in einer Vielzahl von Werken spürbar. Leo Tolstois »Krieg und Frieden«, erstmals veröffentlicht im Jahr 1869, verwebt auf komplexe Weise die Erzählung von Napoleons 1812 russischer Kampagne in seiner Erzählung und bietet eine tiefe Erkundung seiner Auswirkungen auf die Gesellschaft und Einzelpersonen. Victor Hugo's »Les Miserables«, angesiedelt vor dem Hintergrund des nachnapoleonischen Frankreichs, bezieht sich auf die Schlacht bei Waterloo und die nachwirkenden Effekte seiner Herrschaft. Biografische Werke wie Andrew Roberts »Napoleon Alive« 2014 und Alan Sholmes »Napoleon Bonaparte« 1997 tauchen in sein Leben und Vermächtnis ein und präsentieren detaillierte Darstellungen seiner militärischen Strategien, politischen Manöver und seines Privatlebens. Das Kino hat Napoleon ebenfalls als fesselnde Figur aufgegriffen. Abel Ganses Stummfilm »Napoleon« 1927 wird für seine bahnbrechende Kameraführung und die Darstellung von Napoleons frühen Jahren gefeiert. »Krieg und Frieden« unter der Regie von King Vidor im Jahr 1956 bringt Tolstoi Roman auf die Leinwand und zeigt die dramatische Schnittmenge von persönlichen Leben und dem Aufruhr der napoleonischen Kriege. Neuere filmische Erkundungen wie Antoine de Conne »Monsieur N.« 2003 gehen auf die Geheimnisse um Napoleons Exil und Tod ein. Napoleons Bild in der Kunst wird von den Werken von Jacques-Louis Davies, einem glühenden Anhänger und offiziellen Maler des napoleonischen Regimes, dominiert. Seine Gemälde, einschließlich des ikonischen »Napoleon überquert die Alpen« 1801 und »Die Krönung Napoleons« 1807, haben nicht nur Napoleons Bild verewigt, sondern dienten auch als mächtige Propagandawerkzeuge. Diese Kunstwerke sind zu Synonymen für die Ära Napoleons geworden und erfassen sowohl die Größe als auch die Komplexität seiner Herrschaft. Die Videospielindustrie hat ebenfalls in Napoleons historisches Vermächtnis eingegriffen. Napoleon »Total War«, veröffentlicht von Creative Assembly im Jahr 2010, ermöglicht es den Spielern, an seinen militärischen Feldzügen teilzunehmen und historische Details mit strategischem Gameplay zu verbinden. Europa Universalis IV., entwickelt von Paradox Interactive und veröffentlicht im Jahr 2013, bietet den Spielern die Möglichkeit, die politischen und militärischen Herausforderungen der napoleonischen Ära zu navigieren. Öffentliche Veranstaltungen und Nachstellungen spielen eine bedeutende Rolle dabei, Napoleons Vermächtnis lebendig zu halten. Die jährliche Nachstellung der Schlacht, BI Waterloo in Belgien, ist ein großes Ereignis, das Enthusiasten aus aller Welt anzieht, die detailgetreue Uniformen der Epoche tragen und an Scheinschlachten teilnehmen. Ähnlich ist Les Invalides in Paris. Die Städte von Napoleons Grab, nicht nur ein Grab, sondern ein Denkmal für sein anhaltendes Vermächtnis und zieht jährlich tausende von Besuchern an. Die Darstellung Napoleons in der Populärkultur spiegelt oft die Dichotomie seines historischen Bildes wider. Für einige ein visionärer Führer und Reformer, für andere ein machthungriger Eroberer. Diese Komplexität macht ihn zu einem Gegenstand endloser Faszination und Debatte, nicht nur in akademischen Kreisen, sondern auch in der breiteren öffentlichen Vorstellung. Da unsere Reise durch das Leben und die Zeiten von Napoleon Bonaparte zu Ende geht, bleiben wir mit dem Porträt eines Mannes zurück, der so komplex wie einflussreich war. Von seinen bescheidenen Anfängen in Korsika im Jahr 1769 bis zu seinem letzten Atemzug auf der windgepeitschten Insel St. Helena im Jahr 1821 hat Napoleon die Konturen von Macht und Politik neu definiert. Sein Vermächtnis, geprägt auf den Schlachtfeldern Europas, in den Verwaltungshallen Frankreichs und auf den Seiten der Geschichte, ruft nach wie vor Bewunderung und Kontroverse hervor. Seine Geschichte ist eine von Brillanz und Übermaß, von revolutionärem Eifer und imperialem Ehrgeiz. Erinnert für sein militärisches Genie, seine Reformen, die Nationen modernisierten und seine Rolle BI der Gestaltung des modernen Europas, bleibt Napoleon eine überragende Figur in der Geschichte. Er war ein Mann, der einmal sagte, Geschichte ist die Version vergangener Ereignisse, auf die sich die Menschen geeinigt haben. Wenn wir über sein Leben nachdenken, sehen wir nicht nur den Mann, der er war, sondern auch die Legende, die er wurde, ein dauerhaftes Symbol für Macht, Ehrgeiz und die Komplexitäten des historischen Vermächtnisses. Danke, dass Sie uns auf dieser Erkundung einer der rätselhaftesten und mächtigsten Figuren der Geschichte, Napoleon Bonaparte, begleitet haben.